Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Draero Motto Server. Wir sind hier gerade in der Farmwelt. Es ist immer nur Nacht, aber es wurde erst gerade Nacht. Wir schauen mal, ob es jetzt geht. Du kannst nur nachts schlafen. Es ist doch nachts. Ja, es geht. Nein. Wir sind beim Game Mode. Haben wir zwei Werte? Okay. Game Mode 0. So, das ist der Spawn. Das steht jetzt auf der Minimap und die Todespunkte sind immer noch da wegen diesem blöden Teleportquitch. Ja, es war der Morpheus Mod, der uns da ein paar Probleme machte, nur bis wir das gefunden haben. Ja, es ist schon ein bisschen leicht gewesen, aber der Techniker hat da nicht so viel Zeit gerade momentan und deshalb gab es ein bisschen Pause vom Projekt. Aber jetzt sind wir wieder hier. Jetzt können wir wieder weiterspielen. Ich freue mich auf jeden Fall immer noch riesig aufs Weiterspielen. Und ja, also das Skelett jetzt gerade bin ich auch sehr erfreut. Das Skelett war ein bisschen aggro. Was ich wollte, ist eigentlich diesen Baum hier oben mal. Weil ja, nicht als ob ich brauche, aber da ist wahrscheinlich nicht so viel da, dass wir ihn haben. Weil es ist ja ein spezieller Baum. Vor allem das Holzinnere. Ich hätte lieber ein rotes Holz gehabt, aber so sehr gelb. Innen, oder? Ja. Und wir suchen ja immer noch einen Baum, der ein bisschen nach Kälten aussieht. Wir machen ja das Kälten-Volk. Ja, genau. Ein Boot haben wir auch dabei, nicht? Gehen wir doch mit dem Boot kurz ein bisschen übers Wasser. Ja, und wir brauchen einfach viel mehr Fichtenholz. Wir werden wahrscheinlich mit Fichtenholz ein bisschen arbeiten, weil das ja eh so nordisch ist, oder? Da haben wir zum Beispiel Fichtenholz, aber wir haben zu Hause, glaube ich, auch schon Fichte. Aua. Und ja, wir müssen unbedingt essen. Und das ist das für ein Busch? Mellow. Okay. Jetzt fragen wir mal, äh... Schwarz-Eigenholz hätten wir hier. Das haben wir, glaube ich, schon... Äh, den Baum haben wir noch nicht, aber wir haben einen ähnlichen, also mit dem gleichen Holz, aber anderem Laub. Das haben wir noch kurz zu holen, dann haben wir noch einen komischen Klotz. Gut. Dann mal vertreten bitte. Wir brauchen dich Sitzling. Was wir brauchen, ist irgendwann, an einem Ort zum Walme anpflanzen, sonst machen wir das einfach in die Farmwelt, oder? Also... Ja. Machen wir dann nochmal einen neuen Vape-Paint, wo wir uns hin teleportieren dürfen. Es ist halt einfach ein bisschen blöder, dass man jetzt, wenn noch wenig spielt, das nicht einfach Wurps machen kann. Jetzt könnte ja jeder eigentlich die ganze Zeit auf die Farmwelt teleportieren und den besten Ort finden. Und so, dann machen wir lieber dann, wenn viel schon abgefarmt ist, wirklich abgefarmt wurde. Und dann machen wir mehr Wurps in der Farmwelt. Sonst macht es wirklich auch nicht so viel Freude, wenn man nie erkundet, also, ja, wenn man nie erkundet, um den Wurfpunkt, oder? Ja, dann gehen wir halt auf die andere Seite, weil hier schon ein Bettiges mit dem Meer. Ähm, was brauchen wir noch denn unbedingt? Ja, das ist auch leider schon fertig, so ziemlich. Es läuft noch nicht ganz so flüssig ab und zu, aber gibt es so ein bisschen einen Leckdinger. Das muss noch ein bisschen gereinigt werden. Dann mache ich es wieder richtig schnell gehen, wenn ich dann wieder Zeit hatte oder Lust habe. Ah, Discord macht wieder Probleme. Mal kurz. Ich glaube nicht, sorry. Okay, er kann leider nicht. So, ein NP. Und, ja. Dann ein Boot mitnehmen. Gut, vielleicht machen wir dann in der nächsten Folge zusammen, wenn wir da ein bisschen eine Zeit gefunden haben. Oder ein Nice Team sogar. Ich hätte schon was da. Ich habe ja auch einen. Den kräftigen Table. Lass ich den einfach hier. Das letzte Mal haben wir aufgehört in der Mine und habe noch ein bisschen erkundet. Das war wirklich einfach ganz viel Höhle, aber nichts. Keine Diamanten. Deshalb bin ich auch wieder zurück. Also ich habe nichts mehr abgebaut, nur noch... Ah, das sind böse Wölkchen. Ja, wir müssen eben auch aufpassen auf die Wildtiere. Die sind viel zu stark gemacht. Ähm, also immer aufpassen auf Wildschweine und Kojoten. Die sind stärker als ihr denkt. Ah, die hauen einfach mal, als ob sie 5-6 Schaden finden. Ja, nein, äh. Ah, den haben wir ja. Zuhause in den Kieschen. Ja, das habe ich gar nicht entfernen müssen. Ob ich das gewusst hätte, dass das so gleich ist. Ja, ist ja auch schon einige Zeit her. Ähm, dass wir da einfacher so ein bisschen, ähm, ja, warten müssen, bis, ja, eh jemand Zeit hat, bis wir zusammen machen können. Weil er hat schon Lust auf Livestreams, aber meistens habe ich da nicht so Lust, weil es irgendwo am Vormittag oder Nachmittag ist. Weil ich meistens ja Sport mache und dann müde bin. Ja, mal sehen. Vielleicht klappt es schon mal am Abend oder am Nachmittag bei mir. Ja. Irgendwas stimmt mit dem Essen nicht. Ich habe doch erst gegessen. Ja, das ist das, äh, Hauskirche, scheinbar ein bisschen Probleme macht auf dem Server. Hallo, ich! Ich bin ja fast nicht vorwärts gekommen und die Leute möchte ich schon runter eingehen. Ja. Ein bisschen Eisen bekommen. Das ist cool, das brauchen wir nicht. Ein bisschen Mutsch mit... Oh, geht das schlecht zum Hopper. Gleich mal da noch was zu runter fließen lassen. So. Ja. Ah, ich habe das gar nicht mitnehmen können. Ja, jetzt können wir auch runter gehen. Mutsch, mutsch. Ja. Ja, die machen auch sehr viel Schwarm. Und ich habe sie irgendwie nicht gehört. Sehr viel. Okay, machen wir noch ein Ausflug, bis die Mine hochschwimmen möchte. Ich habe sie jetzt gerade nicht. Mann, diese Silkworm Eggs. Die sind einfach zu zahlreich. Typisch. Ja, die Pfeile sammle ich unbedingt. Ähm. Bruchstein. Schwarz-Ein-Haus. Kiefer-Haus. Kiefer da. Ja, Eis-Kiefer. Beanstalk. Können wir vielleicht anpflanzen. Da kommen Äpfel. Da sind doch schon so viele. Hier schon haben wir Äpfel raus. Das ist, was? Oh, ich habe ein Ding ausgemacht. Weiler. Ja, und welche Taste ist es jetzt wieder? Da. Hey, da drauf. Ja. Aha, eine Doppelschlucht. Ja, gut. Äh. Vielleicht hoch, aber gut auch. Ja. Wir sind verrückt. Wir machen jetzt hier nicht weiter. Ähm. So. Was geht ab in der normalen Welt? In der Erbverkehr. Also, ja. Roller-Play-Welt. Ja, das ist stark. Pflanzen sind gewachsen scheinbar. Also, wir brauchen unbedingt, was es ist. Das muss ich da ewig an diesen rumkauen. Ähm. Gut. Schauen. Dschungel haben wir. Ja, wir sind da Fichten nochmal wohl. So. Erstmal. Das ist die Schiene Holz hier rein. Danach unten können wir das auch noch Holz. Machen wir mal einen Wolfskopf hin. Stalk können wir rein tun. Mellow. Mellow können wir nur anpflanzen, wenn es geht. Ist leider nur... Doch, es ist hier zum Platz. Haben wir nicht irgendwo noch an der Ranke hingetan? Oder nicht hingetan, sondern irgendwo gefunden. Gnischen. Irgendwas in der Ranke. Das hast du mal gemerkt. Kiwi war es glaube ich. Ne, Kiwi ist dran. Das ist ein paar Salskopf. Aber Kiwi können wir schon mal anpflanzen. Kiwi ist eine gute Frucht. Die ist gesund und ehrhaft. Mh. Aber es wächst nicht. Da hat er immer noch sehr viele. Ja. Anlass, Weizen, Weintrein, Oberschienen. mache ich noch nicht mehr und die wahrscheinlich auch nie essen na genau der wolf kommt noch irgendwo hin ja gut jetzt nehmen wir mal alles raus was wir nicht hier drin brauchen so und legen sie kuhren eisen und hier haben wir noch Platz für die Bäume, die Setzlinge und die Nahrung ist hier oben ja, ich möchte gerne noch ein Pferd suchen wenn das geht, weil das ist ja von Animania jetzt, das Pferd, das sind Pferde oder ein Einhorn, ich glaube ein Einhorn kann man auch reiten ja, wir müssen leider noch ein bisschen da bleiben, damit das wegzieht ähm, was können wir machen, wir können eigentlich schon bauen kann ja eigentlich, genau, wir können ja eigentlich die Dinger anklaren Kakaobohnen, das ist eigentlich Taro äh, ich sehe keine, haben noch keine Kakaobohnen Quinoa, Quinoa, Quinoa ist gar nicht Pfeffer, oder? äh, nicht Würmer, äh, wer sind sie denn? jubi 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 weiß Kiefer, oder was es ist wir könnten ja nochmal ein Boot ja, er hat ein schlechtes Schwert momentan aber irgendwas angreifen also da haben wir in US-Kostadien kann sicher das draus machen Studentenfutter, ja klar die Schokorie gewittert schwer Röstkartoffel äh, Röstkastanien äh, Röstkartoffel Kastanienboot ja, Olivenöl, aber ich habe jetzt gerade noch keine Olivenbein mehr gefunden das ist Ahorn, okay wieso geht das nicht? äh, hier muss ich etwas anderes drauf tun ich denke wir könnten hier schon mal ein Haus bauen aber, ja, es ist ja recht ähm klein und ähm ich möchte da lieber irgendwie eigentlich so ein bisschen hochbauen das Haus oder in den Berg eigentlich könnten wir in den Berg mal uns reinbuddeln damit wir mehr, ähm, Anbaufläche haben genau also machen wir doch mal eine Schaufel und eine Spitzhacke und, ja, ein Schwert so, das bauen wir einfach hier gerade raus weiter in den Berg dann haben wir noch mehr Garten draußen und können eigentlich drüber dann auch noch ein Haus bauen aber genau hier haben wir das jetzt nicht so, man sieht es ja jetzt so, jetzt haben wir leider schon wieder nichts mehr äh, in der Hand so, jetzt ist es so ein bisschen kaputt gegangen hm, zerstört, in der Luft auch gelöst hat sie sich ja jetzt machen wir einfach drei hoch schon mal wenn wir dann vier hoch später machen ich werde sich das auch mal dann in einem livestream zeigen das ist nicht so interessant für eine Let's Playfahrt jetzt machen wir das mal so weit und müssen einfach unten noch den Stein weg machen der ab jetzt kommt so 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 ja, bin mal gespannt, wenn die ersten auf den Server kommen ja, jetzt ist es eigentlich gefixt jetzt können die Leute auf den Server kommen nur hat jetzt momentan irgendwie kurioserweise niemand auf den Kopf eingegriffen oder sie wollen sie einfach nicht zeigen haha also ihr dürft liebendst gerne auf den Server kommen einfach denken wir haben halt ein Sicherheitssystem wir sehen was ihr macht also wenn ihr Blöcke abbaut, die ihr nicht abbauen dürft dann sehen wir das und ähm, auch wenn ihr irgendwelche Cheats benutzt oder sonst irgendwas einfach am besten einfach das Mobback benutzen sonst nix weil, ja das macht dann einfach auch keine Komplikation es kann ja schon sein, dass man irgendeinen Mod verwendet wie zum Beispiel eine Pay for Pay Minimap oder so wo dann heißt Bing du wirst gebannt natürlich werdet ihr hier entbannt wenn ihr hier nichts dafür könnt als ihr mal getestet habt oder sonst irgendwas aber klar man kann halt einfach dieses Sicherheitsmechanism nicht einfach unterbinden für euch oder also ja einfach für ihr Spiel am besten dann geht's auch mit dem ähm ja nicht gebannt werden oder sonst irgendwas weil wir wollen ja niemand bannen wir wollen ja alle eigentlich die Chance geben auf dem Server zu bleiben nur ist es halt meistens auch wegen der Sicherheit dann ein Ton im Auge weil irgendwas dann einfach auch nicht so funktioniert wenn ihr da noch extra Mods und Wünsche habt müsst ihr es einfach sagen und dann bauen wir es auch ein so das Bett ist schon bereit gut dann können wir ja am Ende des Paars eigentlich nochmal kurz ein bisschen erkunden ja ich suche jetzt auch noch irgendwie nach anderen äh Orten also für Leute wo ich dann empfehlen kann äh dort zu bleiben naja so die Richtung Nord äh Südosten Südwestnähe äh Südosten ja wollen ja alles kälten ein bisschen lehm da müssen wir schauen dass wir da äh äh eine Regel machen die besagt wenn man irgendwo in den Weg baut darf man umplatziert werden also muss man umplatziert werden weil wir machen ja Völker und die Völker brauchen ihren Platz und wenn dann plötzlich einfach eine meinte Misse in den Weg gehen das werden wir natürlich immer zuvor testen bevor wir das mit Grundstück machen dann verteilen wir einfach euch irgendwo anders aber da verliert ihr halt meistens auch das was unterirdisch ist oder so weil wir ja auch nicht so viel kaputt machen wollen von der Welt und das ist dann auch wieder ein bisschen umständlich aber es geht halt irgendwie da nicht so ganz anders weil wir wirklich ein Rundspiel selber sind und nicht einfach ein Freebid selber weil da eigentlich alles wirklich bauen könnt was ihr wollt so Schiefe so ein schöner Stein ich denke wir bauen sogar erstmal alles unterirdisch weil ja wir brauchen einfach diesen Platz und oberirdisch eigentlich nur optisch das ist ein Steg und so weiter ja ich will jetzt nicht allzu ein Steg machen weil wir nicht so viel Platz haben in diese Richtung vielleicht gegen Süden dann eher den Steg der grösser ist und hier einfach so ein bisschen eine Veranda also ich sag mal dem einfach am Fluss entlang diesem was ist Dock also ja ohne die Stege wenn wir dann sehen also ihr dürft gerne immer wieder Tipps und äh Ideen in die Kommentare posten was wollt ihr denn auch sehen das ist ja auch euer Let's Play sozusagen ihr seid meine Zuschauer gut ja dann mache ich natürlich auch gerne jeden Tag eine Folge jetzt momentan kommen halt ja nein ich komme eigentlich nicht mehr zwei Folgen pro Tag weg weil ich ja jetzt auch nicht so viel aufnehmen kann wieder mit dem Drop Event das weg ist und ähm kann man auch schauen dass ihr zweiter also ja je nachdem wie ihr halt mit macht in der Community ja mehr ähm Kommentare als auf die Likes schaue ich sowieso nicht das ist für mich ja nicht so wichtig aber ähm dürft ihr gerne liken als Zeichen dass ihr natürlich das magt das ist eher ein Zeichen wenn ich viele Likes habe das ist eher ein Zeichen ja die Leute immer merken das Video das ist eigentlich qualitativ gut und wenn ihr Kommentare schreibt oder einfach auch dabei seid im Projekt dann sehe ich ja ihr wollt halt auch mehr haben mehr Folgen und so weiter und deshalb ist das Wichtige in der ja ich weiß ich mache mehr Folgen Skala als nur ein Like und einen Aufruf hat so dann schauen wir mal ich kann doch da auch noch ein bisschen weiter machen aber was sollte ich ein ja machen wir den Part nicht allzu lange aber ich will jetzt nicht mehr so 30 Minuten Parts machen es geht einfach zu lange weil YouTube immer langsam im Verarbeiten jetzt momentan ist und bis ich das freischalten kann eyy ist es dann auch wieder ein bisschen später geworden und es kommt dann einfach rentabel raus das Video es kommen eigentlich immer relativ gleichzeitig die Videos hoch jeden Tag eine Folge immer am Morgen und eine am Nachmittag und am Abend dann wieder eine Folge vielleicht auch manchmal auch Nacht ja also ich mach mal hier weiter und sonst im Livestream morgen ich werde morgen sicher mal ein Livestream machen hoffentlich also jetzt sieht es aus das würde ich ein Livestream morgen machen es kommt halt eben drauf an wie es mir geht und wie viel Sport ich machen kann und will und und ähm ja eben aus Hauptberuf Fußballspieler muss hat wenn es so geht aber wenn es dann natürlich regnet oder der Arsch kalt ist oder es schneit und alles wirklich windet vor allem wie jetzt dann kann ich ja nicht immer so viel äh draußen sein und deswegen mache ich auch mehr Videos dann okay dann bis zum nächsten Mal tschüss tschüsschen 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 tschüsschen